Das erklär ich euch in der Sprache, die alle verstehen. Mathematisch? Der Sprache, die alle Planeten in unserem System verbindet. Oh nein, sind wir in einem Musical? Ja, mach dich bereit. Hallo Freunde, ich bin Königin, was immer sie will lieb. Und ich bin ganz bestimmt keine böse Königin, vor der sich dann im Märchen und im Kino alle grauen. Nein, ich schwöre euch, ihr könnt mir alle absolut trauen. Oh nein, Möchens, nein, nein, ich könnte mich freundlicher lassen. Hm, ganz ehrlich, allein der Aufmacher ist schon so berättig. Nein, ich will nur Gutes, ich hab keinen üblen Plan. Ich bin artlos und dumm und helfe, wo ich nur kann. Ich bin sehr großzügig und sanft und auf mich kann man bauen. Ja, ich schwöre euch, ihr könnt ihr alle absolut. Königin, was immer sie will lieb. Es war doch eines so lieb. Sie, sie sorgt für Glück und Harmonie. Und sperrt euch nie in der anderen Galaxie. Denn das ist der Böse. Und das bin ich nicht. Ich bin ein Böse, mein Land. Ich bin nicht freundlicher, mein Land. Ich empfang nämlich gerade ganz böse Schwingungen. Ich bin freundlicher, mein Land. Wenn du willst, du ein Raumschiff, dann halt dich nicht im Saum. Das wäre irre, denn ein Raumschiff ist mein allergrößter Traum. Dann kann ich dir versprechen, lass dein Schiff mal vor dir stehen. Denn du kriegst Ingenieure und einen eigenen Planeten. Komm, darauf fällst du doch nicht rein. Du musst nur schauen, das siehst du gleich. Du kannst dir wirklich absolut trauen. Ja, ich weiß, dass sie das sagt. Aber sie ist trotzdem eine böse Königin. Ja, 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 also ich glaub mir kein Wort. Eisenbahn, du hast kein Schiff, was dich ganz sicher quält. Dass der Salz auf dem Meer das Salz oder mir der Hof nachbild. Selbst ihre Vergleiche sind verdächtig. Als wäre doch sicher schön. Ein ganzer Planeten als Piratenchiff und du bist der Kapitän. Sie sagt die Wahrheit, alles cool, sie ist nicht böse. Was ist mit mir? Ein Hornkitty was glitzert für dich am meisten. Ganz viel. Du kriegst so viel, du weißt, ich bin Bartman. Vergiss es, Lady, ich brauch gar nichts. Oh, ich weiß. Und darum geb ich dir die Hälfte von allem. Ähm, von herzlich allem? Ja, von allem. So cool, ich stehe auf die Haut. Und hier sind noch ein paar mehr Adjektive, mit denen mich andere gerne beschreiben. Nicht heuchlerisch, nicht böseartig, nicht hinterhältig, nicht gemein. Sei einfach ein Nicht-Foyer, das nicht beschreibt. Was, ich? Für den was immer's I beliebt war wirklich noch keine Jolie. Und wenn sich jemand fragt, wie es geht, dann wird er nie ganz einfach abgefüllt und hinabiert. Denn das wär böse, 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 böse. Und das wird... Ich... Ich... pity... Untertitelung des ZDF, 2020